Herzlich willkommen liebe Studierende zu diesem Vorbereitungsvideo für die Lesung mit Clemens Setz. Clemens Setz, der österreichische Schriftsteller, wird nächste Woche bei uns zu Gast sein und wird aus diesem Buch lesen, die Bienen und das Unsichtbare. Darin geht es um Plansprachen und ich möchte Ihnen in diesem Video ein paar Hintergründe liefern, was Plansprachen sind und warum man sich auch aus linguistischer Perspektive damit beschäftigen kann und auch soll. Was sind eigentlich Plansprachen? Dazu kann man nachschauen im Metzler Lexikon Sprache und dort heißt es eine Plansprache ist eine von einer Person oder Personengruppe konstruierte in jedem Detail von Grammatik und Lexik erdachte Sprache, unabhängig davon, ob sie später als Kommunikationsmittel in Gebrauch kommt, was der die Erfinder in der Regel wünschen. Typischerweise ist es so, dass Plansprachen in Reaktion auf bestimmte Unzulänglichkeiten mehrerer oder aller natürlichen Sprachen entworfen werden. Die Sprachkritik hat seit jeher darauf hingewiesen, dass natürliche, also echte und natürlich gewachsene Sprachen eine Reihe von Defekten aufweisen. Zum Beispiel, das wissen wir alle, die wir Fremdsprachen lernen, sie sind unregelmäßig. Also wir finden so etwas wie unregelmäßige Verben oder jede Menge Abweichungen von den Regeln, wie sie in der Grammatik eigentlich festgeschrieben sind. Wir finden, dass Sprachen idiomatisch sind. Das heißt, es gibt gewisse Redewendungen und Formulierungsweisen, die man sich nicht rein regulär erklären kann. Ja, also auch eine Form von Unregelmäßigkeit, aber eher auf semantischer Ebene. Denken wir mal an so eine Formulierung wie ab und zu. Wir wissen, was ab, wir wissen, was und und wir wissen, was zu bedeutet. Aber das ab und zu nun manchmal bedeutet, ist etwas, was man als Ganzes lernen muss und was in jedem Fall sich nicht ganz klar aus den Regeln der Grammatik des Deutschen herleitend ist. Das ist eine nicht-kompositionelle Bedeutung und all das macht es natürlich auch schwierig für Fremdsprachenlernende. Und wir haben Indexikalität. Denken wir an deiktische Ausdrücke, dass sowas wie heute, ich oder auch hier immer was anderes bedeuten kann, je nachdem, wer es gerade sagt. Das ist seit jeher ein Dorn im Auge gewesen, vor allem für Logiker und Logikerinnen, die also Sprache auf solche logischen Prinzipien zurückführen wollten. Aber denken wir auch an so was wie soziale Indexikalität. Ja, dass also so was wie sozialer Status oder auch Beziehung zu meinem Gesprächspartner, meiner Gesprächspartnerin, dass das auch in irgendeiner Form die Bedeutung der Worte beeinflusst, die Wörter beeinflusst, die ich verwende. All das sind Dinge, die Sprachen sehr schlecht kontrollierbar und vorhersehbar machen. Und wenn wir mal das als Ziel ansetzen würden für eine Plansprache, ja, dann wird es klar, warum man sowas entwirft. Denn wir können finden, dass Plansprachen typischerweise bestimmten Maximen folgen. Sie sollen möglichst einfach sein. Sie sollen möglichst klar und exakt Sachverhalte beschreiben können. Sie sollen auf einer Formebene möglichst regelmäßig sein. Keine Ausnahmen. Ja, dass wir also den, dass das Sprachsystem, wie wir es in der Grammatik beschreiben, tatsächlich zu 100 Prozent genau das vorhersagen kann und abbilden kann, wie dann konkret Sätze gebildet werden. Und das Ganze soll möglichst international verständlich sein. Denn das ist immer ein entscheidendes Motiv gewesen, nicht immer, aber oft ein entscheidendes Motiv gewesen von Plansprachen. Die internationale Verständigung soll vereinfacht werden. Ja, das kennen wir seit dem, seit dem biblischen Mythos mit dem Turmbau zu Babel, wo Mehrsprachigkeit ja als Strafe Gottes über die Menschen kommt. Mehrsprachigkeit kann durchaus als Problem wahrgenommen werden, weil es eben die Verständigung erschwert und darum eben das Ziel, so was wie ein internationales Verständigungsmedium zu schaffen, was eben auch den anderen Maximen Einfachheit und so weiter vollständig genügt. Ein paar Beispiele für Plansprachen. Esperanto kennen Sie vielleicht alle. Weniger bekannt, aber zwischendurch sehr populär ist die Plansprache Volapük. Und wir haben auch noch so was wie Interlingua, was manchmal auch unflektiertes Latein genannt wird, Ido und andere Plansprachen. Und bis in die Gegenwart werden immer wieder neue Plansprachen auch entwickelt. Ja, warum sollte man sich eigentlich aus der linguistischen Perspektive mit Plansprachen beschäftigen? Wir haben zunächst mal die systemlinguistische Perspektive, wenn wir einfach mal nur auf die Sprachstruktur den Blick werfen. Denn klar, die Systematizität von Sprache wird ja gewissermaßen in Plansprachen ins Extrem getrieben. Da müssen wir zunächst mal unterscheiden zwischen apriorischen und aposteriorischen Plansprachen. Apriorische Plansprachen sind die, die vollkommen from the scratch entworfen werden. Das, wo man sich dann meistens an rein logischen, manchmal auch mathematischen Prinzipien orientiert und dann völlig losgelöst von natürlichen Sprachen, was komplett Neues entwirft. Und wir haben aposteriorische Plansprachen, die vielmehr von natürlichen Sprachen ausgehen und die dann zum Beispiel vereinfachen, Unregelmäßigkeiten tilgen und so weiter. So ist Esperanto im Wesentlichen konstruiert. Wenn Sie das schon mal gesehen haben, dann wird Ihnen aufgefallen sein, dass es doch eindeutig ausgeht von den romanischen Sprachen und dann noch um ein paar slawische Merkmale ergänzt. Und so ist dann was, was doch noch relativ nahe ist, zumindest an den europäischen Sprachen. Ja, und wir können uns jetzt natürlich fragen, wenn wir aus solchen Plansprachen blicken, aus einer analytischen Perspektive, aber genauso auch, wenn wir sie entwerfen. Was sind eigentlich die grammatischen Kategorien und Bedeutungsaspekte, die man selbst im Zuge der Vereinfachung nicht über Bord werfen kann, wenn Sprachen noch voll funktionstüchtig sein sollen? Was brauchen wir unbedingt? Welche grammatischen Kategorien, wie zum Beispiel Numerus, Tempus, brauchen wir Genus? Keine Ahnung. Ja, und wie werden die dann genau in die sprachlichen Formen abgebildet? Löst man das über Flexion oder schafft man Flexion ab und löst es vielmehr mit Adverbien? Wie lösen wir das Problem mit der Wortbildung oder verzichten wir gänzlich auf Composita? Nutzen wir sowas wie Suffixe oder Affixe oder machen wir das nicht? Ja, das sind alles Dinge, Dinge, für die man sich entscheiden muss und die ja dann auch bestimmte Konsequenzen haben, wie man die ganze Sprache als solche konstruiert. Wir können noch viel allgemeiner fragen, was sind eigentlich die Konstruktionsprinzipien der Plansprachen? Ja, und gerade bei apostoliorischen Plansprachen ist es ja interessant, sich mal den Vergleich anzugucken. Also wie kommen wir von einer natürlichen Sprache zu der Plansprache? Also wie funktioniert eigentlich so etwas wie Vereinfachung, Vereinheitlichung, Verregelmäßigung und was bedeutet das auf der Formebene? Also wie müssen wir Flexionen und so weiter anpassen? Ja, das sind also Fragen, die man sich aus einer reinen systemlinguistischen Perspektive stellen kann. Wir können auch noch jetzt eher in kognitionslinguistische Fragestellungen zum Beispiel reingehen. Wenn wir mal davon ausgehen, dass die Sprache, das Denken und die Wahrnehmung zumindest zu einem gewissen Maße prägt. Ja, die berühmte Sapir-Whorf-Hypothese kennen Sie vielleicht. Wie sieht eigentlich dann plansprachliches Denken aus? Und es gibt tatsächlich Muttersprachlerinnen und Muttersprachler von Esperanto und auch Volapük. Und das ist doch ausreichend interessant, sich vorzustellen, sich das zu überlegen, wie dann das Denken von solchen Menschen funktioniert, wenn man bestimmte grammatische Mittel des Deutschen zum Beispiel nicht mehr zur Verfügung hat. Ja, wir können das auch noch in einer eher soziolinguistischen Perspektive uns mal fragen, wenn Sprache soziale Wirklichkeit konstruiert. Ja, wie sieht dann eigentlich eine plansprachlich konstruierte soziale Wirklichkeit aus? Ja, also Sprachen, die zum Beispiel auf Genusmarkierungen verzichten. Das wird doch bestimmt Konsequenzen dafür haben, wie in unserer Gesellschaft, wie in einer solchen Gesellschaft oder in solchen Communities dann sowas wie Gender und Genderstereotype funktionieren und welche Wirkung sie dort entfalten. Ja, und wir kennen aus der Pragmatik, wie wichtig eigentlich das Implizite in der Kommunikation ist, das Andeutungshafte, das zwischenmenschliche Kommunikation so maßgeblich auszeichnet. Ja, wir sind eben gerade nicht immer explizit, sondern lassen sehr viel im Impliziten. Was passiert mit diesen Aspekten, wenn wir uns mit Plansprachen verständigen, die dem eigentlich keinen Raum mehr beim beimessen wollen? Ja, interessante Fragen. Und das sind nun die Fragen, die im Hintergrund durchaus verhandelt werden in dem Buch Die Bienen und das Unsichtbare von Clemens Setz. Ein Buch irgendwo zwischen Roman und Essay, auch philosophischer Abhandlung, einer Poetik und so weiter. Denn ein ganz wichtiges Thema und das ist das Tolle an diesem Buch, weswegen es so faszinierend ist. Clemens Setz geht einen ganz besonderen Weg, um sich mit dem Thema Plansprachen zu beschäftigen, nämlich er geht den Umweg über die Poesie. Zunächst mal kann man sich ja fragen, gibt es eigentlich sowas wie eine Ästhetik von Plansprachen? Na klar, Plansprachen arbeiten genauso mit lautlichem Material wie andere Sprachen auch. Bestimmte Silben und bestimmte Phonemkombinationen, die einen besonderen Klang haben und auch einen bestimmten ästhetischen Wert. Es gibt ja auch Plansprachen, die überhaupt nicht mehr lautsprachlich funktionieren, sondern nur noch über bildhafte Symbole. Bliss Symbolics ist so eine Sprache, die auch behandelt wird in diesem Buch. Und natürlich haben auch diese Bildsymbole eine besondere bildliche Ästhetik. Und Clemens Setz fragt in seinem Buch auch speziell danach, wie können wir eigentlich in Plansprachen sowas wie Poesie hervorbringen. Ja, und das gibt es tatsächlich in nahezu allen Plansprachen, die es gibt, ist dann auch entsprechend gedichtet worden. Es gibt eine umfangreiche Esperanto-Dichtung, aber auch Volapük-Dichtung, Bliss Symbolics-Dichtung. Und das ist interessant, sich darüber Gedanken zu machen, warum man gerade in so einer Sprache dichtet. Ja, denn eigentlich arbeitet doch gerade die Dichtung doch mit sowas wie Metaphern, eben mit viel Assoziationen und so weiter. Also all die Dinge, die eigentlich getilgt werden sollen in den sehr durchverwalteten, durchadministrierten Plansprachen. Ja, aber natürlich bleibt immer Raum für Poesie und wie sich das im Einzelnen ausgestaltet. Das behandelt Clemens Setz in seinem Buch. Und weiterhin dadurch, dass es sehr romanhaft auch angegangen ist. Clemens Setz beschreibt auch seine eigene Geschichte in der Auseinandersetzung mit diesem Thema. Und er geht vielfach den Weg, dass er die Erfinderinnen und Erfinder der Plansprachen porträtiert, ihre Lebensgeschichten nachspürt und in vielen, vielen Anekdoten uns den Gegenstand näher bringt. Da ist noch ein Thema, was sehr interessant ist, nämlich das Verhältnis von Plansprachen und Existenzkrisen. Ja, denn Clemens Setz kann vielfach zeigen, dass Personen, die Plansprachen entwerfen, in irgendeiner Form Existenzkrisen durchlebt haben. Ja, und was sind das eigentlich für Krisen, auf die wir reagieren, indem wir Plansprachen entwerfen? Und inwiefern können Plansprachen auch tatsächlich der Bewältigung von solchen Krisen dienen? Das sind tolle Fragen, die Clemens Setz uns vermittelt, die natürlich die Linguistik im engen Sinne überschreiten, die uns aber auf jeden Fall auch beschäftigen sollten. Ich freue mich sehr auf die Lesung mit Herrn Setz. Ich bin gespannt auf die Diskussion, an der Sie sich hoffentlich zahlreich beteiligen werden. Lesen Sie dieses tolle Buch. Es ist wirklich, wirklich faszinierend. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ciao.